Jo, was geht ab? Luki am Start und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mal ein bisschen über eine sehr verbreitete Thematik im Kraftsport sprechen, wo auch viele Leute Probleme mit haben und das ist das Schultergelenk. Was heißt spezieller eigentlich? Ein Schrotflintenbegriff ist immer das sogenannte Impingement-Syndrom, wo also entweder Supraspinatus oder Bizepssehne, müsst ihr mal im Anatomiebuch nachschauen, wie die verlaufen, eingeklemmt werden unterm Schulterdach. Es ist auch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist halt zu verstehen, okay, ich übe Übungen aus und die verursachen Probleme. Egal, ob ich jetzt Kraftsportler bin und Bankrücken und Overheadpress trainiere oder ob ich mehr Richtung Körpereingewichtsübungen gehe und Calisthenics, habe ich halt Krimzüge, Liegestütze und Dips. Und diese Übungen, die haben alle eine Sache gemeinsam, sie finden alle in der sogenannten Sagittalebene statt. Das heißt, ich drücke eine Sache mit beiden Gliedmaßen gleich weg und habe halt auch eine relativ limitierte Anzahl von Bewegungsmustern, die ich abrufe. Und unser Körper reagiert darauf. Unser Körper ist dafür gemacht, möglichst, ich sag mal, divers in allen Ebenen sich zu bewegen. Das heißt, nach vorne, nach hinten, zur Seite zu rotieren und so auch das Schultergelenk. Und das passiert ab einem gewissen Grad nicht. Und heute möchte ich dir eine ganz spezielle Übung auch mal zeigen, um besonders die Schulter und das Schulterdach zu öffnen, die eingeklemmten Seen zu befreien und die Schulter wieder in einer natürlichen Bewegungsform abzuholen. Und wer es nicht weiß, wir stammen vom Affen ab. Und unsere Schulter ist eigentlich dazu gedacht, um auszuhängen. Das heißt, ich mache mir am besten Magnesium an die Hände, damit meine Griffkraft nicht der limitierende Faktor ist. Und ich hänge mich an die Stange und ich hänge erst mal aus. Komplett hängen ist eines der wichtigsten Bewegungsmuster und auch eine super wertvolle Bewegung für die Schulter. Denn was passiert ist, erst mal, ich habe eine komplette Dekompression der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule wird im täglichen Alltag immer von oben belastet. Das heißt, wenn ich aushänge, passiert das schon mal nicht. Und mein Humeruskopf, also mein Oberarmknochen, zieht nach oben raus, drückt das Schulterdach zur Seite und schafft Platz in meinem Schultergelenk. Deswegen, ein Tipp an euch, vor dem Training, nach dem Training, hängt eine Minute aus. Oder hängt auch mal zwei Minuten aus oder vier Minuten und dann unterteilt in zwei Sätze und gebt eurer Schulter dieses Bewegungsmuster zurück. Das ist mein erster Tipp für euch. Im nächsten Video spreche ich jetzt über ein paar technische Variationen des Hängens. Ein paar, es gibt passive und aktive Möglichkeiten zu hängen. Darüber spreche ich im nächsten Video. Also vergiss nicht zu abonnieren, Daumen nach oben zu geben und deine Fragen in die Kommentare zu schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein. Ciao. So, jetzt gehen wir mal weiter nach oben. Immer in den Bezeps Curl noch mal rein. Ja. Jetzt kommt nämlich der Vorteil bei den Marilsregen, das ist eigentlich eine Rolle. Jetzt kann er den Bezeps Curl auch unilateral machen. Guck mal hier, einseitig zieht er den rein. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil gegenüber dem Tarex-System. Ich kann also jetzt sehr schön auch einseitige Übungen machen, wenn ich also Dissballonsen habe, etc., ohne großartig da.